Das ist nicht so gut, wenn man das da immer dabei hat. Das ist auch nicht gut. Das ist alles nicht so gut. Das ist nicht so gut, wenn man das hier... Das ist alles nicht so gut. Okay, wollen wir? Das ist nicht so gut. Pfiffige Ziffern. Pfiffige Ziffern. Pfiffige Ziffern. Mit Lars Pausen und Florentin Will. Pfiffige Ziffern. Bravo, bravo, bravo. Ich habe jetzt eine Idee. Ich gehe immer zu Autos hin, die vor Wohnungen stehen. Dann schraube ich die Nummernschilder ab von dem Auto. Dann schmeiße ich in der Regel noch einen Brief in das Haus und sage, wenn Sie einen Nummernschilder haben wollen, überweisen Sie 50 Euro auf dieses Konto. Wenn Sie es machen, dann schraube ich es wieder dran. Die meisten Leute zahlen lieber Geld für die Entführung ihres Nummernschilds als zu dem ganzen Prozess zu gehen zum Abend neues Nummernschild. Und dadurch habe ich jetzt tatsächlich eine relativ substanzielle Menge an Geld angesammelt. Mein Problem ist nur, wie werde ich das Geld wieder los? Was kann ich jetzt damit machen? Was geht jetzt? Es nervt ja, es schmiert, es stinkt. Es schmiert, es stinkt. Es macht korrupt. Es macht korrupt, es macht einen schlechten Charakter, finde ich. Und deswegen würde ich das Geld gerne ausgeben. Ich weiß noch nicht wofür. Und deswegen haben wir diese kleine, feine Sendung ins Leben gerufen, in der Lars-Erik Pausen uns verschiedene Produkte aus der Welt von Amazon.de vorstellt. Allerdings, und das ist jetzt ein bisschen der Clou an der Sache, wir wissen nicht, was die kosten. Weil das, normalerweise steht das ja dann auf der Homepage. Gut, dass du es sagst. Gut, dass du es sagst. Aber Quatsch, war ein Spaß jetzt. Nee, wir müssen gucken. Warte mal ganz kurz. Du stammelst hier einen ab und es schweift aus. Wir haben das doch alles viel kürzer zusammengefasst. Völlig richtig, bitte. Was ist pfiffige Ziffern? Florentin und Lars sehen sich Produkte auf Amazon an. Raten die Preise? Amazing. Mir ist letztens aufgefallen, dass ich extrem kleine Hände habe. Also winzige, winzige Hände. Sag mal. Was natürlich den Vorteil hat, ähm ... Oh ja, tatsächlich. Was natürlich den Vorteil hat, dass in meinen Händen ... Warte mal. Warte mal, pass auf, pass auf, pass auf. Was ist denn? Wir machen jetzt eine optische Täuschung. Was passiert? Wir machen jetzt eine optische Täuschung. Du tust deine Hände und ich mach die so, dass die so ganz ... Von ganz weit weg, dass die ganz klein wirken. Warte, ich muss ein bisschen runter, damit man meinen Armansatz nicht sieht. So? Ja? Ja? Nee, es sieht aus, als würde Florentin Will hinter mir stehen und seine Arme ausbreiten. Das ist ja noch nicht so ein Zweck der Sache. Ah, fuck. Schade. Ah, jetzt hab ich mir ... Jetzt hast du den Ischias wieder. Den Ischias. Jetzt hab ich mir was gezogen. Mensch, das tut mir leid. Jetzt hab ich mir was komplett gezogen. War jetzt diese Ischias-Nummer, ne? Ja, 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 ja. Das war jetzt diese Ischias-Nummer, ne? So, herzlich willkommen. Aber der Sponsor der heutigen Folge ist Ischias, tatsächlich ein neues Unternehmen aus Berlin. Was hast du denn? Ich hab mir komplett in den Rücken verzogen. Das Problem ist, ich hab so kleine Hände, dass in meinen Händen die Sachen riesengroß aussehen. Ja? Das heißt, ich brauch quasi jedes Produkt nochmal in klein. Da hab ich was für dich. Wirklich. Komm mal mit. Wirklich. Komm mal mit. Ich hab da ein Produkt gefunden auf Amazon, das könnte genau für dich passen. Und zwar ist es das Taschenmesser, Klappmesser, kleines Schlüsselanhänger, Messer mit Kerosinlampen. Das ist aber ein Gadget. Was ist eigentlich, kann ich das meiner Frau schenken oder irgendwie meiner Mutter? Wenn deine Frau Kerosin zur Verfügung hat, ja. Ja, aber da steht doch eindeutig. Für Männer. Gadgets für Männer. Survival-Kid. Gadgets für Männer. Ginge also nicht, sagst du. Aha. Also, die erste Frage ist natürlich, wo kriegst Kerosin her? Und zweitens, warum nicht einfach ein normales Feuerzeug? Ne, das sind so die Fragen, die ich erst mal überlegen musste. Ich hab kurz überlegt, ob Kerosin einfach in jedem Ding drin ist, aber nein. Das Kerosin, das in diesem Produkt verwendet wird, muss vom Kunden vor Ort gekauft werden. Äh, okay, alles gut. Okay. Also, du wärst auf jeden Fall der mutigste Bankräuber der Welt, wenn das dein Set ist, mit dem du dich entschließt, die Bank zu überfallen. Und das Messer ist auch eine kleine. Ich ziehe euch an. Wenn sie sie sehen, könnten sie sogar denken, dass sie die kleinsten Schlüsselanhänger Messer der Welt sind. Ich finde, das ist eine sehr clevere Formulierung. Also, sie könnten denken, das sind die kleinsten. Ja, ja. Also, man sichert sich total ab. Man kann Dinge behaupten, aber wenn sie es sehen, dann könnte man ja fast denken, das sind die kleinsten. Ja, es ist halt so, wenn du das dann auf einer Straße zückst und es sehen Leute, dann denken die, oh, das könnte tatsächlich der Weltrekordhalter sein. Das ist er. Aber in dem Fall, wie groß ist es denn? Wenn sie verzweifelt brauchen, um etwas zu schneiden oder etwas zu beleuchten, finden sie, dieses Gadget ist so süß und niedlich. Gut. Wie groß ist es denn? Wenn man verzweifelt ist, sucht man ja händeringend nach süßen und niedlichen Dingen. 1,3 auf 2,15. Das ist schon sehr klein, muss man sagen. Ist schon, sagen wir mal, nicht das größte. Ach, das ist so ein Surviving Wilds-Ding, wo du das dann mitnehmen kannst und das ist ganz winzig. Glaubst du mittlerweile, dieses Seven Wars is Wild ist so populär, meinst du, irgendwann werden extra Produkte hergestellt, die dann so ganz klein sind und die man dann mitnehmen kann? Für die, wenn du Kandidat bist bei denen. Genau, da gibt es ja dann so, ah, du darfst nur sieben Gegenstände mitnehmen, aber so ein Gegenständ, der ist ganz viele Dinge gleichzeitig. Da ist so ein bisschen Schmirgelpapier dran, da ist eine Klinge dran, Feuerzeug, alles in allem. Ich weiß ja, ob das erlaubt werden. Damit du sagen kannst, ich bin nur eins. Und glaubst du, nach so und so vielen Staffeln gibt es mehr Menschen, die schon bei Seven Wars is Wild mitgemacht haben, als Leute, die es noch nicht gemacht haben? Das wird ein Riesenproblem werden, dass irgendwann die Zuschauerschaft schrumpft und man sagt ja, das habe ich ja selber schon gemacht. Ja, also das ist natürlich ein gutes Ding. Das Ding ist, der Vorteil eines besonders kleinen Feuerzeugs erschließt sich mir, aber das Messer, das besonders kleine ist, ist ja auch besonders schlecht. Ja, das stimmt. Also ein Feuerzeug, wenn es ganz klein ist, super, genauso gut wie ein großes Feuerzeug. Messer? Jetzt sag mir nur mal kurz, du hast ja vorhin gesagt, das ist ein Geschenk für einen Mann. Ja. Aber wie nennt man denn jetzt, also ein Mann, ne? Aber was ist, wenn es jetzt zwei sind? Wie nennt man das? Männer. Ich glaube nicht. Geschenk für Mem. Ein Mann, zwei Mem. Ja, du, man muss auch modern mit der Sprache mitgehen. Und wenn das nun jetzt der Weg ist, den wir gehen. Verpackt in einer zarten Eisenschachtel ist dieses Gadget auch ein einzigartiges Geschenk. In einer zarten Eisenschachtel. Was ist das? Ah, gut. Das ist ein Geschenk für echte Mem. Echte Mems, Alter. Sei mal ein richtiger Mem, ey. Geh mal mit mir wieder raus. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Sarah Christen, alles Paletti, wollte nur mal kurz updaten. Lustig, mit Fragezeichen zum Überlebenswerkzeug. Wie gesagt, ein Gimmick. Aber Überleben hier sehr hoch gegriffen. Die wertige Metalldosen eignet sich jedoch prima um Bonbons. Ah, es geht um Drogen. Ab einem gewissen Punkt, von Anführungszeichen, versteht man doch einfach gar nichts mehr. Mit einer Schärfe, welche überhaupt nicht vorhanden ist, steht da oben. Ein Ritt auf der Schneide. Das Messerchen, drücken wir es dergestalt aus, ist dazu geeignet, aufgrund seiner Schärfe, welche überhaupt nicht vorhanden ist, einen Ritt auf der Schneide zu absolvieren. Sechs Punkte Smiley. Natürlich heißt er Rolf, derjenige, der das geschrieben hat. Das ist wirklich ein klasse. Also, ich glaube, dass es nicht allzu teuer ist, kostet 14,99 Euro. Oh, Daniel. Aber da ist ja jetzt noch kein Kerosin mit drin, ne? Nee, nee, das muss man extra kaufen. Da muss man extra ein Flugzeug entführen, damit man ans Kerosin kommt. Also, Flundi, da begibst du dich mit dieser Schätzung auf ganz dünnes Eis. Und weißt du, was ich mit dem dünnen Eis mach? Oh, nein, ich stürze ein. Oder, oh, oh, ich bin tot anscheinend. Ich werde angestochen? Nee. Du stichst mich ab. Sorry, ich muss mich kurz bei Steam anmelden. Ja, ja, mach mal, weil du hast gerade so Bock auf Zocken, oder? Hops, Faser. Ey, lass uns jetzt was zocken. Weißt du was, das ist ein Wink mit dem Zaunfall. Ich würde viel lieber, damit kann man Kartons öffnen oder Dinge schneiden. Kartons öffnen, Dinge schneiden. Aber du kannst nicht Dinge öffnen oder Kartons schneiden. Um einen Buntstift zu schälen. Es wäre gut, wenn der Buntstift auch ganz klein wäre. Also, hast du eine Schätzung gegeben? Ich bin bei 14,99 Euro. Was sagst du? Hm, ich? Ja. Du bist auch ein Spieler. Spiel's? Nein, nein, das ist teurer, aber nicht wesentlich teurer, sondern immerhin noch bei 21 Euro glatt. 14,99 gegen 21 und es sind 18,99. Das sind zwei Euro weniger bei dir, vier Euro bei dir. Also, Punkt für Lars-Erik Pausen. Wir machen einfach mal weiter. Das könnt ihr euch merken, weiter geht's. Und zwar mit der Wieder-XL-Sonnenliege, Klappbar-Strandliege, Gartenliege, Campingliebe, Relax-Liege. Mhm. Weil man hat Relax-Liege noch reingemacht als Stichwort, weil viele haben gegoogelt immer Relax-Liege und haben sie nicht gefunden. Ja, aber ich mag dieses Gesichtsloch. Moment, du hast ein zu klappbares Gesichtsloch? Ja, du kannst darauf dann halt auch liegen mit dem Rücken drauf. Ah, und Armlöcher. Ja, oder du guckst da irgendwie, spielst dann Switch oder so. Gar nicht so dumm. Ich meine, die Rezension ist relativ brutal. Ja, aber gut ist es. Komfort 2. Nee, nee. Qualität 1,6. Das ist ein Produkt, das dann auch nicht mehr gekauft wird, glaube ich. Das, glaube ich, kam nicht so gut an bei den Konsumenten hier. Schlechte Qualität. Oh, da ist schon was gerissen. Blutfleck. Uiuiui. Ach, Mensch. Gute Idee. Schlechte Qualität, sagt Anna. Auch bei so einem Stuhl zu sagen, ich finde, ein Stuhl ist eine gute Idee. Also wirklich nicht immer stehen zu müssen, ist eine geniale Idee. Du musst erst mal drauf kommen. Umsetzung. An sich ist die Liga okay, nur ist das Loch zu groß für meinen Kopf. Außerdem knarzt die Liga ziemlich, deswegen nur drei Sterne. Hängt er mit seinem Kopf schon durch? Jetzt sehen wir so ein Bild von Samuel, der hat so einen ganz kleinen Kopf. Einfach so einen Tennisball, großen Kopf. Naja, also ich glaube, das ist eher ein unbeliebtes Produkt. Aber es steht nicht zum Preis. Also es steht nicht da, oh, es war sehr teuer oder für den Preis ist es schlecht. Nee, nee. Aber ich glaube einfach, die Qualität ist sehr schlecht. Das wird trotzdem gekauft. Das sieht einfach super billig aus. Ach, aber so klappbar. Ich meine, es gibt es in Apfelgrün und Schwarz. Das sind ja die meist gewünschten Farben. Aber warum nicht Apfelgrün und Olivenschwarz zum Beispiel? Ja, oder einfach Schwarz und Weiß. Naja, aber ich mag ja dieses sommerliche, herzliche Frühling. Apfelgrün oder was ist denn, was ist Schwarz? Wobei ich da wiederum nicht weiß, ob es da irgendeine DIN-Vorgabe gibt, was Apfelgrün ist. Du hast recht, DIN-Welt da natürlich sehr erregt, wenn da mal nicht alles eingehalten wird. Ist das ein Instagram-Post von Nasti, so ein Bild von DIN mit 4A und dann DIN A4? Nasti, bitte, dein Content. Wir reichen es dir auf. Du Haus raus. Haus raus da. Ich bin bei folgender Schätzung. Ich glaube, dass es ein richtig günstiges Drecksprodukt ist. Und normalerweise würde so ein Ding natürlich schon irgendwie im höherpreisigen, über 50 Euro Dings liegen. Hier haben wir es wirklich mit einer ganz günstigen Camping-Liege zu tun, für die man, wer billig zahlt, nee, billig, nee, wer billig kauft, zahlt doppelt. Ja, richtig. Nee, nee, wer billig kauft, kauft zweimal. Ja, sowas. Okay, sowas. Da sage ich, wir sind hier im Bereich von 34 Euro, 99 Cent. Ach, weiß ich nicht. Aber ich möchte, dass du das... Das kriegst du im Baumarkt. Nee, ich möchte, dass du das einfach mal akzeptierst, dass ich eine andere Meinung habe. Ich sage 20 Euro. Ich sage 20 Euro, ich glaube, ist nicht so toll. Ja, das kannst du gerne schätzen. Das ist wirklich, das kriegst du in jedem Baumarkt irgendwie an der Kasse noch für 15,99 Euro hinterher. Nee, für 34,99 und wir lösen auf. Und es sind... 50,99 Euro. Punkt für Lars. Wow, ja, ganz schön teuer. Das ist wirklich zu teuer. Also dafür, dass es so einen riesen Kopf bedarf, nee, einen kleinen Kopf bedarf. Weiter geht's mit dem MrSieger 2 in 1 Seifenspender. Küche, Spülmittelspender, Pumpseifenspender mit Schwammhalter, Spülmittelspender, wiederbefüllbar weiß. Warte, hab's noch nicht verstanden. Ich hab's noch nicht verstanden. Okay, ohne die Beschreibung zu lesen, was? Ich hab's noch nicht verstanden. Also, es ist ja nicht ein einfaches, ich drück drauf, oder doch? Man drückt drauf und es wird auf die ganze Hand aufgepresst, oder? Oder ist es nicht für Hände, sondern für andere, also für den Schwamm? Nein, ich glaube, man legt die Seife obendrauf und der sammelt das Seifenwasser, das sonst verloren gehen würde. Ja gut, aber das hast du ja bei jedem Seifenspender, oder nicht? Na komm, gib mal das zweite. Ja, what? Ja. Nee, du machst den Schwamm, den Schwamm oben rauf und das Spülmittel unten rein, aber wie... Und dann saugt das automatisch, der Schwamm saugt das hoch? Nein, wirklich? Drip, Tray, Catches, Residual Liquid. Mr. Sieger übrigens. Okay. Moment, also du waschst mit dem Schwamm und dann bist du fertig und legst es obendrauf. Das ist mein neuer Screensaver. Was als Handy-Hintergrund, einfach dieses Ding hier. Drip Tray, Catches, Residual Liquid. Vor allem, guck mal, da ist sogar diese Seife, der Schaum ist sogar reingeschoppt. Oder? Ja. Also, das ist ein Schwammabtropf auf... Wir haben ein Video, wir haben ein Video, wir haben ein Video. Ja, wahrscheinlich, damit das nicht... Wir haben ein Video. Damit das nicht... So, jetzt pass auf, jetzt bin ich gespannt. Okay. Ach nee, du machst doch das unten rein? Dann saugt es das doch hoch. Ja. Ach so, das wird da unten reingepresst. Das ist ja ein Quatsch. Naja, wobei? Und das Restwasser fließt dann zum Waschmittel dazu? Hä, aber so wäschen wir doch auch keine Teller ab. Mach doch unten mal das Stöpsel rein. Lass ein bisschen Wasser reinlaufen. Ach, es gibt zwei verschiedene Schalen. Die eine... Ach, der Mr. Seager wieder. Du hast mich wieder erwischt. Ich kauf dich. Nein, das ist wieder so ein Produkt, wo man sich überlegt... Also, ich find aber das mit dem Draufdrücken, oder wird's nach oben gedrückt? Ja, das hat eine schöne Spielerei, aber das... Guck mal, wie gut das... Das kaufen über 2400 Leute? Naja, wir gucken... Also, wow! Guck mal, das scheint ja eine komplette... Naja, gut, das sind gekaufte Bewertungen. Mr. Seager hat da mal sein Portemonnaie aufgemacht und hat da ein bisschen für ein paar Klicks gesorgt, glaube ich. Für ein paar gute Bewertungen. Das kann's ja wohl nicht sein. Züchtet man damit nicht eine Keimkolonie? Wie denn? Der Schwamm wird oft gewechselt und oben kommt das Spüli heraus. Ja, aber trotzdem... Verena Pfiel? Nie wieder abwaschen! Das Produkt hat mir komplett den Spaß am Abwasch versaut. Genial, sagt Dragana Versträten. Also, das muss ich einfach mal sagen, genial. Wollten wir zuerst eine kleine Flasche kaufen, um von der großen Spülflasche in die kleine umzustellen? Habe dann dieses Produkt gesehen, war sofort begeistert. Direkt bestellt. Und als es dann da war, habe ich mich tierisch gefreut. Alles passt da haargenau. Die Menge, die man da einfüllen kann. Einfach nur super Schwamm drauf und fertig. Für den Einsatz. Ich spüle ziemlich gerne schon mal mit der Hand, wenn da Kleinigkeiten sind. Daher ist dieser Behälter sein Geld auf jeden Fall wert. So musste ich immer erst die Spülflasche aus dem Schrank herausholen. Dann, wenn sie mal groß ist, auch noch halten. Und erst auf den Schwamm, das war mir mittlerweile alles zu umständlich, deshalb Daumen hoch. Ja, hast du schon recht. Noch der längste Satz der Welt. Wirklich genial, muss man schon sagen. Okay, Julia? Nee, ich mach das nicht mit. Oh, guck mal, das klingt doch schon so, als sei das nach 100 Mal drücken kaputt. Das ist ja wirklich ein Scheiß. Das mach ich nicht mit. Also entweder, sag mal ganz kurz, wie spülst du ab, wenn du mal abspülst? Weißt, das machst du nicht gern, aber wie spülst du? Ich weich erst mal ein, dann nehm ich einen Schwamm, wisch da drüber, dann lege ich den feuchten Schwamm wieder auf den Teller. Aber du machst doch schon auch Wasser in diesen Buzzing. Ich bin eh gerade in einer Ausnahmesituation, weil ich keinen Abfluss habe. Deswegen ist meine Abspielsituation gerade eh so ein bisschen gestört. Trinkst du das dann, oder was? Nee, ich leite das um. Das ist jetzt nicht so wichtig. Okay. Das ist nicht so wichtig. Aber... Ich glaube, wir haben schon genug Zeit mit Mr. Sieger verbracht, finde ich persönlich. Ja, auf jeden Fall. Wir haben die fünf Minuten gereicht. Ich sage, dieses Produkt kostet, das kann ja nicht viel kosten. Es ist ja ein Schrottmechanismus einfach. Wir sind hier in dem Fall. Weißblau Hoffenheim, badisches Herz. Raus geht's mit 18,99 in mein Herz. Ich möchte übrigens, wenn ich heute gewinnen, möchte ich, dass du mich Mr. Sieger nennst. Okay. Deal. Ich sage, es kostet 10 Euro. 10 Euro? Das ist ein Stück Plastik auf dem Stück Plastik mit einem Stück Plastik dazwischen. Aber was kannst du reinschütten? Plastik was? Plastik! So, du hast 16,88 gesagt. Nee, 18,99. 18,99. Ich sage, 10 Euro und es sind tatsächlich 13,99 Euro. Damit liege ich näher dran. Du bist näher dran. Ein Punkt. Weiter geht's mit dem Trojan Donut. Zwei Stück Elektroschock. Kugelschreiber. Das ist so Andreas kürzlich mit so einem Ding. Hat er dich erwischt? Hat er dich erwischt? Hat er dich erwischt? Live bei der Aufzeichnung draufgedrückt. Nein. Ja, doch. Ach, der eine hält's in der Hand und der andere aktiviert's, oder was? Nee, der hat gesagt, unterschreib hier mal. Und dann drückst du natürlich drauf, wenn du unterschreiben willst. Ah. Wenn hier bei der Gamescom auf die Idee kommt, uns so ein Teil hier einzudrücken. Ernsthaft, dann schmeiß ich euch raus. Know what you say. Say what you do. Glaub nicht, dass man das so schreibt, aber gut, auch nicht so wichtig. Do what you say. Ach. Heißt das nicht oh? Do. Was? Ach, ich dachte to know. Nein, nein. Weiß, was du tust. Do what you say. Do what you say. Okay, entschuldigung. Do what you say. Und das will ich mir von dir tatsächlich auch häufiger. Don't do me not in any day. Don't do me something so bad to say. Don't do me not in any day. Mann, warum kann ich kein... What you say. Der Stift kommt tatsächlich heraus. Wenn sie die Mitte des Stifts drehen. Die Stiftspitze kann aus dem Kugelschreiber herausgedreht werden. Klasse. Die Mitte des Stifts kann geöffnet, die Isolierfolie im Inneren entfernt und dann installiert werden. Der aus hochwertigem Material gefertigte Stift ist sicher und harmlos für Menschen zum Spielen. Spaß und Neuheit, Spielzeug für die Party, um ihnen mehr Spaß zu bringen. Weißt du, das ist bestimmt nicht für jeden Tag irgendwas. Aber manchmal, da hast du ja so, da wachst du morgen auf, morgens wachst du auf und du weißt genau, heute ist... Heute ist ein Narrentag. Ah, Narrentag! Heute ist ein Narrentag zum Bestellen, das ist Narrentag im Titel. Und dann mach ich meinen fucking Narrentag, ey! Und dann machst du meinen fucking Narrentag, ey! Wann ist der große Rock'n'Means-Narrentag, frag ich mich, ja? Boi! So, gut! Gut! Alle... Als Spaßgeschenk, ja, aber zu teuer. Kann man nicht so eine... Als Show-Idee... Kann man... Es ist erst mal nur ein Gedanke. Aber du hast eine Show, ganz vielen Leuten, Ensemble, zehn Leute und die müssen die ganze Zeit Dinge machen und immer wieder auch so Pranks einbauen. Aber du hast die Möglichkeit, das outzucallen und zu sagen, das wird kein Prank. Und dann kriegst du einen Punkt. Also wenn du dann zum Beispiel ihm einen Stift gibst und dann sagst du, ich call dich aus, das wird kein Prank. Moment, du sagst, es wird kein Prank. Oder ich muss sagen... Also du willst mich pranken? Okay, ich geb dir einen Stift. Stift, schreib doch mal was. Nein, nein, nein. Weil normalerweise prankst du. Du callst den Prank. Es wird die ganze Zeit geprankt. Aber ich call, dass das jetzt ausnahmsweise kein Prank ist. Okay, also du callst meinen Blatt. Drück drauf und krieg einen Stromschlag und hab damit dann einen Punkt verloren. Und wenn ich drauf drücke und es ist ein Kugelschreiber, dann hast du verloren. Also ich hab nicht die Motivation, dich jedes Mal zu pranken, sondern manchmal auch strategisch ganz genau. Prank anzutäuschen. Genau. Und zu sagen, gib mir mal die Hand lang. Genau, das ist Narren Tag, Narren Show. Umgekehrt. Es ist nicht so, dass wir immer davon ausgehen, nicht geprankt zu werden und einmal werden wir geprankt, sondern wir pranken uns die ganze Zeit. Die ganzen Kandidaten... Und was, also was, ist so eine Art Big Brother House und man sieht es rum und prankt sich dann und sowas. Ja, so ein bisschen wie bei, äh, nee, nicht Jerks hier. Lol, äh, äh, ja, äh, laut auf. So, einer der besten Kugelschreiber war bei Anlieferung defekt. Einer der beiden. Nicht einer der besten. Einer der beiden. Nicht einer der besten. Du lachst immer noch wegen meiner am besten. Die Kinder waren begeistert, aber dafür war die Enttäuschung umso größer, als die Stifte schon am nächsten Tag in zwei sind und der Schocker auch nicht mehr funktionierte. Ein zweimal werde ich diese nicht kaufen. War für mich ein Riesenschock, allerdings nicht. Als es nicht funktioniert hat, war es ein Riesenschock. Ja. Dieses Produkt schockt sie in jedem Fall. Ich bin bei einem Billigprodukt angekommen hier und sage, dass wir es hier mit 8,99 Euro zu tun haben. Löse einfach auf. Na, wenn sie sagt den Preis, dann gehe ich doch auf 20 Euro. Boah, scheiße. 8,99 Euro, ich sage 20. Mal schauen, es geht in Richtung... Das kann doch nicht sein, dieser Paul ist doch nicht echt. Du bist eine Illusion. Oh, what you're saying? Oh, what you're saying? Oh, what you're saying? Hey, son of a better do what you're saying? Oh, what you're saying? Oh, what you're saying? Ähm, Luntin, kannst du mal hier unterschreiben, bitte ganz kurz? Ja, gerne. Oh, scheiße, au! Just a prank, 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 just a prank. Alter, ich kann meinen Arm nicht mehr spüren. Das gibt's nicht. Ich kann meinen kompletten Arm nicht mehr bewegen. Luntin, manchmal weiß ich auch nicht, was in mich... Alter, was war das? Ich kann meinen kompletten Arm nicht mehr bewegen. Äh, das war Schlangengift. Oh, Mann, ey. Ist nach 10, 12 Stunden weg. Stell dich nicht so an. Weiter geht's. Ja, Alter, 11 Punkt? Okay, das Einzige, was mir jetzt noch helfen kann, ist der... Gummibär extra groß, 28 Zentimeter, zwei Kilogramm, 8 Gummifarbe orange. Der sieht aber auch... Der sieht aber auch... Das Bild, das sie zum Foto, zur Bewerbung ausgesucht haben, sieht komplett beschissen aus. Das ist mein neues Profilbild, glaube ich. Den finde ich richtig gut. Das ist ein Riesenohr. Ja, gut. Okay. Geschmacksrichtung fruchtig, sagen wir mal, im weitesten Sinne. Gelee. Zwei Kilogramm wiegt einen Teil. Nee, warte mal. Das stimmt wirklich. Zwei Kilogramm, ja. 28 Zentimeter. Das ist so ein Riesenteil. Das ist ein Riesenteil, ja, ja. Ich dachte, das ist eine große Schachtel vielleicht. Nein, nein. Ein großes. Das ist ja der Hammer. Und Kunden kaufen Kunden auf Verlobungsringe. Warum? Die wollen ja ein Gummibär heiraten? Nee, mach's da rein. Ah, oder ist ein Ring drin. Aber das ist auch eine schlechte Idee, weil wie lange braucht man um zwei Kilogramm... So, dann machst du den Antrag oder stellst du dir das dahin und dann brauchst du halt... Ja, so zwei, drei Jahre brauche ich schon. Du musst quasi beim ersten Date schon den Gummibär schenken mit dem Ring drin, um dann langfristig... Ach, und er macht Werbung dafür oder was hier? Ist das nicht der Ding? Udo Lindenthal? Ja. Welchen Geschmack hat der Gummibär? Mein Sohn hat den Bären im Januar zum Geburtstag bekommen. Er sagt, dass er nach Erdbeere geschmeckt hat. Ist aber fast ein Jahr her. Also keine Grafieh. Mittlerweile schmeckt er nicht mehr nach Erdbeere. Wonach schmeckt er? Das war ein Geschenk. Ich kann es nicht sagen. Dann beantworte doch die Frage einfach nicht. Das sind die... Du kriegst ja eine E-Mail manchmal. Du sagst, hier wurde dir eine Frage gestellt. Beantworte sie doch bitte. Lieb ich. Weitere Antwort anzeigen? Nee, bei dem war ja egal. Ja, in einer gut verschweißen... Ja gut, das ist wirklich toll. Zwei Kilogramm Bären. Also, dass du da nicht mehr abgehst, versteht hier, glaube ich, gerade keiner der Zuschauerinnen und Zuschauer. Die haben ja alle erhofft, oh, wenn Florentin den zwei Kilogramm Bären sieht, dann kann der sich nicht mehr zurückhalten. Dann läuft ihm wieder die Sabber im Mund zusammen. Ja, hätte ich ein paar mehr Pünktchen, könnte ich hier ein bisschen entspannterer schätzen. Aber so bin ich ja in einer Stresssituation. Ey, du bist einfach zu verbissen. Ich wollte nur kurz Udo... Da weiß ich mal lieber in so einen Gummibären. Udo sagt, hoher Preis. Für den hohen Preis nicht zu empfehlen. Sorry, was erwartet man denn von einem zwei Kilogramm Gummibären? Die besten Kinder waren happy, die schlechtesten nicht. Super Gag schmeckt gut. Ja? Was Leute als Gag bezeichnen, dass wir uns überhaupt nach Gedanken machen. Die Betroffene hat nur gestrahlt. Es ist wirklich ein originelles Geschenk. Ein Ohr reicht, um den Heißhunger auf Gummibärchen zu stillen. Kein Herz. Zwei Ohren reichen für einen Herzinfarkt. Sag ich ja immer. Ja, ja, ja. Das sagst du oft. Also ich finde diese Grundidee, so Riesendinger zu kaufen, natürlich als Gag tatsächlich geil. Aber das kannst du doch nicht essen. Aber ist das dann für einen Bären so groß wie für uns ein normales Gummibärchen? Für einen Braunbären, für einen Schwarzbären oder für einen Eisbären? Nee, Braunbären. Also der Snack das bestimmt weg. Der Snack das ganz gern weg, ja. Aber ich meine, man... Ich stelle dir vor, du wirfst so ein Teil in den Ameisenhügel. Die denken sich, what the... What the fuck? Ja. Leuchte, Alter. Uns wurde gesagt, passt auf Bären auf, aber schmecken ganz gut dafür, dass sie so gefährlich sein sollen. Ey, das ist ein Video, das will ich sehen. So ein Timelapse. Doch, so ein Timelapse. Das ist eine Tierquillerei. Nein, in Ameisen. Die meisten Ameisen zu Tage leiden unter Diabetes 2. Ja, alle in Insulin. Mit so in... Insulin? Ach so, B-Meise, A-Meise. Okay, verstehe schon. Aber da würde ich gerne so ein Timelapse... Den aufstellen, aufgestellt in so einen... Mit einem Hut auf. In einen Ameisenhügel und dann so ein Timelapse, wie die den so langsam zerfressen. Okay, und die Spätfolgen sind mir dann völlig egal, oder was? Die sind mir vollkommen egal. Ich glaube, das kostet... 29,99 Euro. Weißt du, was wirklich mich im Herzen traurig macht? Dieses Produkt. Das kriegst du natürlich und das ist mega riesig und mega geil. Aber natürlich guckst du, dass du vielleicht sogar noch mit einer Schere oder mit einem Messer das abrupfst. Aber am schönsten wäre es doch wirklich... Ja, doch. Das schimmelt dann ja. Naja. Man hat ja so viel Schimmel. Weil im Grünbärchen werden ja größer, wenn man die in ein Wasserglas tut. Stell dir das vor, in der Badewanne. Das Ding liegt in der Badewanne. Weil Menschen groß. Oh, und dann einfach kuscheln damit. Oder halt. Allergietest gemacht. Oh, oh. Und allergisch gegen was? Gewalt, oder was? Hat dich immer geschlagen. Gummibärchen, tatsächlich. Ernsthaft? Allergisch. Auf Schimmelpilz. Nein. Wirklich? Kannst du dir das vorstellen? Hä? Wie hast du dann jahrelang bei mir in der WG gewohnt? Okay. Kannst du loslassen? Naja, wir hatten einen wahnsinnigen Verschleiß von Tempotaschentüchern. Aber das lag ja wiederum eher an anderen Dingen. So, kannst du eine Schätzung abgeben? 30 Euro für... Wie viele Pflaster und Wunden hast du eigentlich wie komplett entsteht? Du bist, ey. Ich hab hart gekämpft die letzten Tage, muss ich sagen. Gibst du mir eine Schätzung? Wenn du nur halb so intensiv in der Sendung kämpfen würdest, LP. Ähm, was geht's genau? Also das Produkt. Ja, riesen Gummibärchen. Zwei Kilo Brocken. Ich weiß nicht, ich weiß. Ich hab mir noch nie eine Packung Fruchtgummis gekauft. Ich esse keine Gummibärchen. Dann krieg ich mal so einen Schleim im Hals. Das mag ich nicht. Aber so ein großes... Nee, bin ich nicht. Ich mag saure Sachen. Ja, wenn da noch ein bisschen saure Sahne drauf ist oder so, dann ja, glaub ich das. Aber in der Präsentation nicht. Ich kann eine Frage stellen. Ist da saure Sahne drauf? Nein. Ja, gut, dann werde ich es nicht kaufen. Kann man da theoretisch saure Sahne drauf machen? Denkbar ist es. Wirklich? Kannst du was sagen, um mir vielleicht noch eine Chance zu geben zum Aufholen? Ich mach das nicht absichtlich gerade, aber ganz kurz. Das ist für mich die schwerste Schätzung ever. Ich hab wirklich keine Ahnung. Ist das der schwerste Moment deines Lebens? Das ist wirklich die schwerste Entscheidung meines Lebens. Ja, okay. Dann möchte ich dich auch nicht hetzen. Nee, eben. Ich kann mir nicht vorstellen, wie viel das kostet. Wirklich vermisst es wenig. Ich weiß nicht, wie viel der Gramm in einer kleinen Du hast schon tausende Produkte geschätzt. Ich weiß nicht, wie viel das kostet. Du hast schon Holz geschätzt und Metallstreben. Aber es ist ein Geschenk. Mehlwürmer. Ja, das weiß ich alles. Und jetzt zwei Kilo Fruchtkummi. Mein Gott, was kostet das? 21 Euro. Gut. Oh, der hat man schon lange nicht mehr gesehen. Applaus für den Timer. Macht es weg. Macht es weg. Macht es weg. Das ist die schwerste Entscheidung meines Lebens. Also 29 Euro und 21 Euro, sagt LP. Und wir schauen nach. Und es sind 35 Euro. Naja, gut. Wie gesagt, überrascht mich nicht, beeindruckt mich nicht, weil ich keine Ahnung habe. Ja, okay. Aber jetzt, glaube ich, ist leichter. Und zwar, jetzt gehen wir in die Richtung der Ballonknoter. Das ist klar. Ballonknoter, Luftballonsknoten, aber einfach und schnell. Ballonknoten, Knoten, Bindewerkzeug, Binden, Zugnoten. Das ist für mich genau mein Ding. Wie viele haben wir? 1, 2, 3, 4. Das ist einfach das komplette Produkt. Ja. Wer brauchst du? Ah ja. Ist es für alle Menschenhände ausgelegt? Oder kann man da L, S und sowas auswählen? Nee. Ach so, das ist ein bisschen. Man macht es um dieses ... Flexibel. Mama, jo, man macht es um dieses Ding und dann rein. Wrap the end of the balloon around the tool. Ja, dann mach doch. Knott the ball in the slot. Naja, wenn man mal ... Pull the knot of balloon in the tool. Hatten wir letztes Mal bei Fifi-Gesiffern auch schon ein Ballonprodukt? Also wir können eigentlich eine ganze Ballonfirma aufmachen. Warten wir ein Ballonprodukt? Weiß ich nicht. Was zum Aufblasen? Hatten wir nicht so ein Gartenparty-Ballon-Ding? Kein kompliziertes Verknoten mehr. Für Links- und Rechtshänder geeignet. Farbe blau, rot, grün, orange, pink. Freie Farbwahl. Ah, nein. Das wird 6,99 Euro kosten. Aber wie viele ist, finde ich tatsächlich eine gute Frage. Ein Ballonknoter. Ja, das ist der Ballonknoter. Da gibt's dann ... Einen einzigen Ballonknoter. Einen Ballonknoter brauchst du, um eine richtig geile Gartenparty zu organisieren. Was brauchen wir für eine gute Gartenparty? Ganz klar. Ein Ballonknoter und Eisluftballons. Was sagst du? Ich hätte es jetzt als drittes in der Aufzählung gemacht. Also, dass man erst in die falsche Richtung gelotst wird. Ja, ich mach's immer falsch. Dann halt zum Schluss ... Hallo? Was? Wir sind abgesetzt? Oh, wir sind abgesetzt. Das ist ein falscher Gag. Ich hab schon meine Schätzung abgegeben. 6,99 Euro. Ich warte auf deine Schätzung. Lebensretter ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Aber Fingerretter sind sie alle mal. Aber er hat uns. Er hat uns. Du musst die Leute catchen. Wer schon mal 150 Luftballons für eine Girlande aufpusten und zuknoten musste, kann sich sicherlich vorstellen, wie groß die Erleichterung mit diesem unscheinbaren kleinen Helfer ist. Nie wieder ohne. Hast du doch schon einen Titel für die Sendung, dieses Produkt ist ein Lebensretter, oder diese Sendung ist ein Lebensretter, irgendwas Lebensretter hochgegriffen, so was. Ich sag, das kostet 2 Euro. Aber das ist ja wirklich einfach nur ein Stück Plastik. Gut. Wie viele Produkte bei Amazon hast du schon für 2 Euro gesehen? Sagt 6,99 Euro, ich sag 2 Euro, und das kostet 1,79 Euro. Du bist ein kleines Schein. Mit richtig billigen Dingen kenn ich mich gut aus. Du hast so recht mal wieder gehabt. Ja. Und ich hab mich so hochnäsig über dich lustig gemacht. Guck mal, da kostet die Lieferung mehr als das Produkt selbst. Findest du nicht auch, dass ich aussehe wie eine Comicfigur gerade? Also wie kein echtes, wie so eine CGI-Effekt? Ja. Findest du nicht auch, dass ich aussehe wie so ein Marvel-Superheld? Ja, wie so ein Böser, also so ein Schurke. Halt stehen bleiben, ich bin Gerado-Schinken. Oh nein, es ist Gerado-Schinken. Was führt ihr im Schilde? Äh, ich frisch dich auf und dann steck ich dich in ein Museum. Das mach ich immer. Äh, hast du Angst? Piu, piep, 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 piep. Und es geht um einen russischen Luftballon. Wenn du da einen guten Gag machst, bin ich weg. Wie nennt man einen russischen Luftballon? Sonst würde ich dich töten, und zwar ganz langsam. Blasimir Putin. Okay. Ach so, Gerudo-Schinken war die ganze Zeit auch ein Luftballon. Ja, cool. Wir machen weiter mit dem Top-Life-Eierspender. Eierspirale, Eier-Edelstahl. Spiralförmiges Design, Eierständer, Aufbewahrung für 30 bis 36 Eier aus Rot-Gold. Wir haben, glaube ich, mittlerweile die komplette Eier-Infrastruktur-Produktionskette durch. Wir haben Hühner, Sicherheitswesten für Hühner, Partyhüte für Hühner. Dann werden die Eier gelegt. Wir tun sie in unsere Weste rein, in unsere Eierweste. Und dann am Frühstückstisch haben wir den Eierspender, und dann können wir sie essen. Wir haben wirklich alles rausgeholt, was man aus so einem Hühner-Hobby rausholen kann. Jedes Produkt, was man braucht. Und zwar ... Aber guck mal. Oh, das ist so ein ... Moment, das ist so ein ... Warte mal. Nee, aber warte mal. Du nimmst jetzt nicht ein Ei von unten raus ... What the fuck? Das ist die Zukunft. Das lebt. Das Ding, das lebt. Das ist direkt hier im Studio. Holy shit, ist das echt. Holy, was ist das echt? Was? Alter, das ist echt. Wie kommt das hier her? Wie kommt das aus dem Fernseher raus? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, ja. Hab's das schon mal jemand gestorben an so einem Top-Life-Eierspenden? Oh, ich glaube, das ist der schlimmste Mord, wenn du irgendwie in so einem peruvianischen Clan oder sowas ein Statement setzen willst. Du bist zu Hause, Einbrecher kommt und du hast nichts in deiner Umgebung. Und dann nimmst du das so in die Hand. Und der Einbrecher. Ja, und dann ... Ihr guckt euch so an. Zip, zip, zip. Nee, oder lassen wir es. Ja, das ist es nicht wert. Wenn ich eins gelernt habe, ist, dass Eier schnell kaputt gehen. Das ist die einzige Sache, die ich in meinem Leben bisher gelernt habe. Aber du willst schon jedes Mal von ganz oben ... Ja, das ist ja schon ganz geil, aber ich lasse es lieber. Wir hören mal, schauen ins Video rein. Hühner, Hühner, Hobi. Eier auf meinem Teller. Eier in meinem Bauch. Eier mag ich gern. Dunkel oder heller. Hühner, Hühner, Hobi. Das ist mein Hühner, Hühner, Hobi. Hühner, Hühner, Hobi. Mach mit meinem Brüner, Hühner, Hobi. Schwarz, weiß, braun, silber. Ende? Ja, dann kennen wir jetzt zumindest die Farben. Rotgold. Aber wirklich, nimmt man das Ei dann, das man möchte, von ganz unten, sodass die anderen nachkullern? Ja, da fang ich aus, ja. Aber das gibt's doch nicht, dann gehen doch die Hälfte, die geht doch kaputt. If you want to get the oldest egg first and don't want, they get mixed up. Exactly this egg rack is what you ... Nochmal. If you want to get the oldest egg first and don't want, they get mixed up. Nein, du willst nicht, dass ich ... Exactly this egg rack is what you're looking for. Okay, ja. Und wenn ich das nicht suche, also wenn mir das egal ist, was dann? Dann musst du dringend ein anderes Produkt benutzen. Also das ist das vom 18.07., 20.07., das Älteste immer zuerst. Du nimmst das von unten und dann schieben die hinterher. Come on, das muss doch kaputt gehen. So ein Ei geht doch sofort kaputt. Guck mal, was die Kunden sagen. Oh, ach so. Tolles Teil. Christine Klerf, endlich kein Eierchaos mehr. Ja, Maike. Super praktisch, um den Überblick zu behalten. Welche Eier von wann sind und um die Älteren zuerst zu verwenden. Sie lassen sich leicht in Nehmen und ebenso leicht hineinlegen. Cool sieht es außerdem auch noch aus. Yay! Yay, Maike! Yay, Maike! Dann keiner schreibt, die gehen kaputt. Maike! Dann gehen die wirklich nicht kaputt, oder? Top, top, top. Die gehen wirklich nicht kaputt? Great Gadget. Gut, ich glaube, das kostet 39,99 Euro. Eier verschleißen. 40 Euro für eine Eierspirale. Für circa 30? Also, wenn ich mir mal Eier kaufe, denke ich mir, ob zwölf nicht schon massivst übertrieben sind. Und es gibt Leute, die haben 30 bis 36 Eier bei sich. Na ja, ja. Gut, dann auf einer Farm, ja, wenn du jeden Tag selbst die Eier rausholst, dann musst du natürlich auch wissen, wann die gepflückt wurden. Ja! Was willst du denn von mir jetzt, dass ich eine Schätzung abgebe oder was? Na, 39,99 Euro wird's nicht kosten. Das ist ja Quatsch. Na dann. Wir sind bei 29,99 Euro. Und das wiederum ist die exakte Schätzung. Oh! 26! 26,99 Euro. Ich bin heute wieder so richtig auf einer Killing-Spray, wie man sagt. Ja, aber vielleicht fällt die auch gleich in das WC. Denn wir haben einen 5-Minuten-Toilette-Sanduhr-Timer. Stundenglas-kreative Toilette-Hocker-Sanduhr-Timer. Atmosphere-Tool. Damit man... Dekompressionsdekoration für Männer, Ehemann, Papa, Vatertag, Geburtstagsgag. Stil 1. Ja, find ich auch. Viel mehr Stil hat's nicht. Eine Dekompressions-Dekoration verstehe ich nicht hundertprozentig. Oder ist das so eine Übersetzung? Lass alle scheißen gehen! Was für eine geile Photoshop-Skills, einfach alle. Guck dir diese Sanduhr an. Wow! Wack, Mann, der scheißt sich die Seele aus dem Leib. Wow! Guck mal, der Sand rinnt da durch. Funny, but thoughtful. It was a real thoughtful gift. Wir schauen ins Video. Oh, der Dui, was hat der denn gegessen, sag ich ja. Oh, der hat ja Flitze-Kacke, du. Letzte Schätzung. Aber wie geht der Sand wieder hoch? When the sand runs out, it's time to move on. Just spin the set. Ich lass mir von diesen... Ah, einmal drehen, da gibt's ne Abkürzung. Okay, das find ich stark. Das find ich wiederum richtig gut. Mein Problem ist ja gar nicht, dass ich so viel Zeit verbringe auf der Toilette, sondern so viel Zeit in der Küche. Was machst du in der Küche? Ich bräuchte ja fast eher einen Küchentimer, weil ich da wahnsinnig viel Zeit verschwende, weil ich wirklich einfach immer zum Kühlschrank gehe, Kühlschrank auf, nehm das Senfglas raus und dann einmal Finger rein, tu ich's wieder rein. Und dann denk ich mir, ach noch, komm, einer geht noch. Kühlschrank auf, Finger rein. Gleicher Finger? Oh, nee, nee, mit dem Speichel. Und das jedes Mal, und deswegen hab ich jetzt auch mittlerweile gesagt, pass auf, wenn ich zu lange in der Küche bin, zeig mir bitte gern sowas wie ne gelbe Karte. Im Sinne von Verwarnung, du warst zu lange in der Küche, ne gelbe Karte. Und deswegen hab ich bei mir zu Hause jetzt eingeführt, die gelbe Karte, wenn ich zu viel Senf esse. Ein ganz kurzer, schmissiger Name, um es zusammenzufassen als Konzept. Und zwar ist es die... Senfkarte! Ah ja, okay, ach so, aha, 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 darauf ordst du hinaus. Schön, schön gezeichnet. Senfkarte, und zwar ist das, ähm, ja, natürlich geschmacklos, wir kennen's, scheint aber in vielerlei Ausformungen... Ach, guck mal, da mit der Wurst noch dran, du. Mensch, da gibt's wirklich lustige Produkte. Funktioniert nicht ganz so gut. Sie ist ein witziges Geschenk. Der Sand lässt sich kinderleicht von unten nach oben wieder kippen. Das Durchlaufen ist dann nicht so doll. Der komplette Sand läuft leider nicht von allein durch. Immer wieder muss man den Sand zum Loch kippen, was einem den Spaß und Freude nimmt. Vielleicht überdeckte Hergesteller dies nochmal. optimiert dies. Aber weißt du, was ich nach all den Jahren und pfiffige Ziffern gelernt hab, ist, dass man viel mehr Spaß haben könnte, als ich in meinem Leben habe. Auf jeden Fall. Auch hier, das hat für gut Lacher gesorgt, sagt Harry Neumann. Und die entgehen uns halt einfach, weil wir diese Produkte nicht besitzen, Flo und Team. Wie viel Spaß wir haben könnten. Ja, es ist wirklich schade eigentlich. Wozu gibt's Therapien und Therapeuten? Einfach mal hier auf Amazon gehen und die lustigsten Gags kaufen. Ja. User Atem zum Beispiel. Es ist ein Gag. Würde ich es nochmal kaufen? Nein. Es verliert da der Sand. Ja gut. Aber so wünsch ich mir eigentlich schon eine Rezension. Ich sag, das Ding kostet 11,99 Euro. 11,99 Euro, find ich ne satte Schätzung. Es ist wirklich satt. Das stimmt schon, ja. Find ich satt und ich hab's satt, dass du so einen Scheißdreck hier verzapst. Du bist Schachmatt und ich sag dir jetzt, wie viel das Produkt eigentlich kostet und es sind. Ich hab das zweite Produkt heute, das nur für Männer geeignet ist, ne? Ja, nur für Männer. Gibt's mir ne Schätzung? Äh, von was? Von dem Produkt? Achso, das Produkt. Das wird auch mal gut. Du gehst aufs Klo und dann wird so ein Lied begonnen. Und wenn das Lied zu Ende ist, dann sind drei Minuten um. Fünf Minuten um. Acht Euro, 99. Acht Euro, 99 gegen elf. Habe ich heute schon mal ganz gut geschätzt. Euro, 99. Und ich bin gespannt, welche Richtung es geht. Und zwar, es sind da... Es sind elf Euro, 99! Yes! Oh, da ist aber jemand mal zurückgekehrt. Liebe Freunde, da hab ich mir doch die fünf Minuten gut investiert. Oh, die 11,99 Euro. Sag mal, das ist ja wohl das erste Mal, dass ich genau getroffen hab. Kann es sein? Oder welchen häufiger? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach, Leute, ist das ne Freude. Eine Schätzung noch. Ach, Leute, ist das ne Freude. Ja, wir schauen natürlich gerne rein. Eine Schätzung noch. Wir wollen ja keine Zeit verlieren. Und zwar gehen wir in die Yeen Green Autositz Gapstopper. Zwei Stück Autositz Lückenfüller. Sitz Lückenfüller Seed. Falls ihr keinen Mitfahrer habt, könnt ihr einfach diese Lücke in eurem Leben füllen. Das ist gut, da kommt die ganze Scheiße zwischen rein. Ach, guck mal. Und dann fallen immer das Handy, fällt da immer rein. Ja. Das fällt da immer rein. Finde ich sogar gar nicht so dumm. Nee, finde ich auch gut. Fällt da immer alles rein. Das hilft nicht tierisch. Das Schlimmste, das hatte ich mal bei so einem Carsharing-Auto, sind die Autos, die so einen eingebauten Motor haben, der den Sitz so nach hinten runter und so fährt. Wenn dir das da reinfällt, vergiss es. Da ist alles voller scharfkantiger Schienen und so. Absolute Katastrophe. Ich muss den Ast von dem Baum abbrechen, um mit dem Ast winzig mein Handy wieder rauszuholen. Da hab ich wirklich einen ganz guten Tipp für dich, wenn das nochmal passiert. Ja, wirklich? Genau, das Gleiche funktioniert tatsächlich auch, wenn du im Auto sitzt, das fällt drunter, schüttest du einfach ein paar Liter, es müssen tatsächlich Zentiliter, also viele Liter sein. Ja, ja, ja. Senf rein. Aber ich hab ja nicht so viel Wasser. Was hast du gerade gesagt? Ja, hast du richtig gehört. Hast du gerade gesagt. Genau. Senf soll ich ins Auto schütten? Ja, genau, genau. Wo soll ich denn den ganzen Senf herbekommen? Den kannst du hier rausholen. Weißt du, was das ist? Was ist das? Eine Senfkarte. Nee! So, ich bin immer ganz gespannt, wie du noch ein paar Pünktchen herholen willst. Hab das hoch. Also, es ist natürlich ein nettes Produkt, gibt's anscheinend auch schon relativ oft. Internal, Thread-Filled, Elastic Fiber. Denk überhaupt gar nichts mehr, fällt mir gerade ein. Gar nichts. Nichts. Null. Weil's keine doppelte Punktzahl dann gibt, wenn man genau... Sieht schick aus, dann ist auch praktisch, passend, sicher und ideal. Nicht ganz passgenau, prinzipiell okay, perfekt, gute Idee, von echter Bewertung, passt. Komm, das wird nicht so viel kosten, das wird nicht so teuer sein. Das kostet... Das sind zwei Stück, ne? Sind zwei Stück und das kann nicht so teuer sein. Das kostet 12,99 Euro. So, und jetzt haben wir gerade wirklich diesen Effekt, also dieses einmalige Erlebnis. Ich treff genau, du triffst genau und zum Schluss treffe ich nochmal genau. Ich sag 10 Euro glatt. Flo und Team Will sagt 10 Euro. Ich sag 12,99 Euro. Wenn es 12,99 Euro sind, dann hab ich gewonnen. Bei jeder anderen Zahl hast du gewonnen. Nein! Das kann nicht ein fuckinger Zeichen! Fuck! Nein! Nein! Das geht nicht! Scheiße! Das geht nicht! Das geht nicht! Das geht nicht! Nein! Das kann man mir nicht nehmen! Ich hab das Comeback des Jahrhunderts gehabt! Ich hab das Comeback des Jahrhunderts gehabt! Und jetzt kommt dieser Wiesel-Mensch! Ich hab so umsonst Spannung aufgebaut. Ah! Und dann hab ich die Scheiße gerockt, Alter! Ah! Das kann nicht sein, ey! 8,99, 12,99. Ich glaub, so viele Punkte insgesamt halten wir noch nie! Sag mal, das kann nicht wahr sein! Irgendwie hab ich's im Gefühl gehabt, aber ich hab nicht dran geglaubt. Ach, verdammt, ey! Mann, das wär so ein gutes Comeback gewesen! Aber Paulinger, also das muss man dir lassen, wirklich! Vor allem diese Ritzen und äh und Kammern und so, das sind genau deine Produkte so. Ey, sowas haben wir uns ja schon immer erhofft, dramaturgisch. Insofern freu dich für mich und freu dich für die Geschichte. Ich hab Geschichte geschrieben. Da kommt denn jetzt mal ein Freundentaumel. Da komm ich gar nicht umhin, mich selber ein kleines bisschen zu freuen für dich. Dankeschön. Gut gemacht, schön gespielt. Da haben wir beide, finde ich, heute wirklich alles rausgeholt aus diesen tollen Produkten. Also, ganz ehrlich, ich hab letztens mal gesehen, in den Kommentaren hat einer geschrieben, ja, weil bei pfiffige Ziffern kann man ja häufiger mal treffen und so, dann bin ich dafür, dass es nur zwei Punkte gibt und nicht die geschätzte Zahl. Sorry, an dich hab ich alles... Doch, das kann schon! Geh mal ein bisschen mehr auf Amazon und kauf dir ein paar lustige Gag-Artikel. Ja! Muss auch nicht Amazon sein, kann auch auf Otto sein. Aber kauf dir doch mal sowas für die Toilette. Und so leicht ist das nicht, ne? Also, da fließt viel Arbeit und Übung rein, dass man das so treffen kann. Das kann nicht jeder. Ein bisschen mehr Spaß im Leben. Lasst ein Like dafür, diese absolute, überragende Leistung. Auch von dir, Flo, und dir, muss man wirklich sagen. Ach, na ja. Gönnerhaft kann ich das sehr gerne sagen. Ja, bleibt uns treu. Schaut mal beim Rocket Beans Supporters Club vorbei. Wenn ihr sagt, Sendungen wie diese finde ich wirklich nicht schlecht, die möchte ich supporten, dann klickt auf diesen Link. Ne, klicken wird schwer. Denn im Rocket Beans TV Supporters Club, da trefft ihr immer genauer. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Also haut rein, ne? Ey, ich würde noch ein bisschen hierbleiben. Jo, bleib da, ne? Okay. Was machst du da? Kann man das mitmachen? Oder was machst du? Ich brauche einfach nur eine Sekunde noch für mich. Okay, alles klar. Da trifft er noch mal genauer her. Also ich wirklich kann es nicht anders. Tut mir leid, Jan. Ja, ist okay. Ist okay. Ich brauche noch eine kurze Sekunde gerade mal allein. Musst du lieber alleine jetzt? Nee, ich brauche noch eine kurze Sekunde allein gerade. Ich lasse dich jetzt allein, okay? Okay. Pfiffige Ziffern Pfiffige Ziffern Pfiffige Ziffern Mit Lars Pausen und Florentin Will Pfiffige Ziffern Pfiffige Ziffern